Musik Hallo, ich bin Carsten in Mörs und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute, wie gesagt, in Mörs unterwegs und zwar bin ich heute auf der Halde Rheinpreußen und hier gibt es dann auch wieder eine besondere Landmarke, ein Aussichtsturm. Hier gibt es dann das sogenannte Geleucht. Wer sich unter Geleucht nicht viel vorstellen kann, die Grubenlampe, die alte Grubenlampe wird Geleucht genannt. Und hier auf der Halde Rheinpreußen gibt es einen Aussichtsturm und der soll an das Geleucht erinnern. Ich war hier noch nicht. Ich bin mal gespannt, was ich hier zu sehen bekomme, weil die Halde ist auch noch relativ nah am Rhein und wie gesagt gerne eingeladen mitzukommen. Ja, da im Hintergrund kann man das Geleucht schon sehen. Ich wollte schon mal hier hin, nur da habe ich festgestellt, dass das Geleucht nur mittwochs und donnerstags, samstags und sonntags ab 14 Uhr geöffnet ist. Weil, wenn ich hier schon hochmarschiere, möchte ich natürlich auch die Aussicht vom Geleucht aus genießen. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein Helderes mit Feier und er hat sein Helderes mit Feier schon angezünd, schon angezünd, schon angezünd schon angezünd das gibt ein Schal und damit so fahren wir weiter und stecken ein und stecken ein und stecken ein und stecken ein Leider haben wir heute relativ trübes Wetter und von daher sind wir leider heute nicht mit einer großen Fernsicht belohnt belohnt und die die Da hinten ist diese rote Brücke. Das ist die Autobahnbrücke der A42 über den Rhein. Und da kann man dann auch ein Stück vom Rhein sehen. Prost! Die halte Rheinpreußen hat eine Höhe von 103 Metern. Und die Aussichtsplattformen hier auf dem Turm sind nochmal 10 Meter dabei. Und somit ergibt sich eine Höhe von 72 Meter für die Halde über Umgebungsniveau. Ja, das war es schon wieder von der Halde Rheinpreußen. Vom Geleucht. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.